Im Test der neueste Kopfhörer von Baus und Wilkins. Der PX-7 ist rund 300 Gramm schwer und bietet alles, was man von einem modernen Over-Ear-Wireless-Kopfhörer erwartet. Der PX-7 ist sehr gut verarbeitet und bequem zum Tragen. Er ist ideal für unterwegs, aber auch bei der Nutzung zu Hause macht er eine gute Falle. Bedient wird der Kopfhörer über die Tasten auf der Seite. So kann man zum Beispiel die Lautstärke regeln oder das neue Canceling ein- und ausschalten. Die Geräuschunterdrückung ist effizient und blendet Umgebungsgeräusch effizient aus, was aber nicht auf Kosten des Klangs basiert. Insgesamt ist der Klang auf maximalen Hörgenuss ausgelegt. Das ausprägte Tüfton-Fundament verleiht Stück aus allen musikrichtigen Substanz, ohne dass der Klangcharakter aufgebläht würde. Und auch die räumliche Abbildung ist für einen geschlossenen Hörer hervorragend. Beim Funktionsumfang bietet Bowers & Wilkins bei diesem Produkt einiges. So wird zum Beispiel die Wiedergabe automatisch unterbrochen, wenn man den Hörer von den Ohren nimmt. Schön ist auch, dass der PX-7 die sogenannte APTX unterstützt. So kann man über Bluetooth auch hoch aufgelöste Musik übertragen, was vor allem audiophile Nutzer freuen dürfte. Das Abspielgerät, zum Beispiel das Handy, muss den Standard aber natürlich unterstützen. Neben der Übertragung per Bluetooth kann man auch einfach ein USB-C-Kabel nutzen, zum Beispiel damit am Laptop zu arbeiten. Fazit Ein hochwertiger Kopfhörer mit sattem Klang und schönen Höhen. Er klingt unaufdringlich, aber sehr transparent und bietet eine gute Feindynamik. Nicht so gut ist, dass er beim Betrieb per Kabel ein wenig anfällig auf der Körperschall ist. Positiv ist, dass der Akku relativ lang hält. Das ist es für einütziger Kopfhörer mit Vögel. Positiv ist, dass der Akku relativ acht äußert wird. Untertitelung des ZDF, 2020